Eislingen-Filz ist eine große Kreisstadt im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg und gehört zum Regierungsbezirk Stuttgart. Sie ist die direkte Nachbarstadt von Göppingen. Geografie Eislingen liegt im Filztal an der Mündung der Krumm in 320 bis 480 Meter Höhe und gehört zur inneren Region Stuttgart. Zu Eislingen-Filz gehören die Stadt Eislingen-Filz, der Weiler Eschenbäche, der Stadtteil Krummwelden und die Höfe Nährhof, Stumpenhof und Teleshof sowie die abgegangenen Ortschaften Ehrenstätten, Brunnenweiler und Hammersweil. Auf dem Gebiet des ehemaligen Brunnenweilers befindet sich heute ein gleichnamiges Wohngebiet am Rande der Nordstadt. Geschichte Um 125 n. chr. befand sich im heutigen Eislingen ein römisches Holzerde-Kastell. Sein lateinischer Name und seine Garnison sind unbekannt. Das Kastell bestand vermutlich nicht länger als bis zur Verlegung des Limes vom Filztal in das Rimstal um das Jahr 159 n. chr. Das Kastell kann die Grenze der römischen Provinzen Rizien und Obergermanien markiert haben, deren exakter Nord-Süd-Verlauf im Raum Eislingen unbekannt ist. Um das Jahr 500 zeigten sich erste Spuren allemannischer Besiedlung. An der Gemarkungsgrenze zu Göppingen könnte der Fund einer Fibel auf eine Besiedlung im späten 3. Jahrhundert hinweisen. 861 wird Eislingen erstmals in der Stiftungsurkunde des Klosters Wiesensteig als Isininger erwähnt. Etwa 250 Jahre später hatte Württemberg erstmals Besitzungen in Usslingen, die aber bereits um 1100 an das Kloster Blaubeuren kamen. Das spätere Großeislingen bezieht sich auf den alten Ort Isininger-Usslingen oder Isingingen. Kleineislingen entstand entweder erst später oder erlangte erst später einen Rann, so dass man der Siedlung einen eigenen Namen gab. 1343 kam Großeislingen aus dem Besitz der Rechberger in die Abhängigkeit der Bischöfe von Würzburg. 1492 kaufte Graf Eberhard der Ältere von Württemberg ein Drittel des Ortes. Diese Beteiligung an Großeislingen blieb bis in zum Ende des Heiligen Römischen Reichs bestehen, während sich die Besitzverhältnisse im Würzburger Ortsteil deutlich chaotischer verhielten. 1769 wird das Islinger Schloss durch den Freiherrn Konstantin Adolf von Wäldern erbaut. Im Lauf der Zeit bis 1803 erlebte Großeislingen bald mehrfach wechselnde und aufteilende Herrschaften, so dass zwischendurch bis zu drei Bestandteile des Dorfes existierten und der Ort lange Zeit als Territorium non clausum anzusehen war, bei dem die Rechte Württembergs mit Reichsritterschaftlichen und Würzburger Rechten sich überschnitten. Ähnliche Herrschaftsverhältnisse sind sonst vor allem im Franken bekannt. Vor 1803 befand sich der Ort überwiegend zu einem Drittel unter württembergischer und zu zwei Dritteln unter würzburger bzw. reichsritterschaftlicher Herrschaft. 1803 kamen durch den Reichsdeputationshauptschloss die nicht-württembergischen Zweidrittel des Ortes vom Besitz der Grafen Degenfeld-Schomburg an Bayern. Drei Jahre später, 1806, fällt dieses Gebiet zusammen mit weiteren Gebieten im heutigen Landkreis Göppingen durch Staatsvertrag von Bayern an das Königreich Württemberg. Der Zusammenschluss der Ortsteile von Großeislingen in der Verwaltung vollzog sich schrittweise bis zum 13. Februar 1855, als der Vereinigungsvertrag für die beiden Ortsteile wirksam wurde. Geschichte Kleineislingens Kleineislingen befindet sich an der Filzstraße einer historischen Handelsroute, die Teil eines Netzes von Handelswegen war, das Europa durchspann. Dadurch war der Ort schon sehr früh am Verkehr und am Marktgeschehen orientiert. 1492 kaufte Graf Eberhard der Ältere von Württemberg von den Hinterbliebenen des Göppinger Bürgers Werner Wernshäuser Kleineislingen mit Ausnahme, eines Forstes, der im Besitz der Grafen von Helfenstein war und zunächst blieb, womit der Ort ab diesem Zeitpunkt württembergisch war und ununterbrochen blieb. Der Ortsteil Krumwelden wird erstmals 1275 genannt. Als Weiler der Gemeinde Großeislingen teilte er meist deren Geschichte und verblieb mit dieser bei der Vereinigung der beiden Eislingen bei der neu gegründeten Stadt. In der Neuzeit erlebte der Ort unter anderem dank des Anschlusses an die Filzthalbahn einen Aufschwung in der Industrialisierung. Der Bahnhof Eislingen wurde 1847 in seiner ersten Form bei der Errichtung der Bahnlinie erbaut. 1873 wurde der Eislinger Turnverein gegründet. Am 24. September 1933 wurden Großeislingen, die heutige Nordstadt und Kleineislingen, die jetzige Südstadt, vereinigt und unter dem Namen Eislingen, Filz zur Stadt erhoben. 1940 wurde mit dem Bau der Strutt-Siedlung begonnen, der nach dem Krieg ab 1951 mit der angrenzenden Vogelgartensiedlung fortgeführt wurde. Durch der Zuzug von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten wuchs die Stadt stark an und überschritt noch bis zu den 1960er Jahren die 15.000-Einwohner-Marke. Nach vollzogener Aufnahme der Flüchtlinge legte sich dieses starke Bevölkerungswachstum bald wieder. 1969 wurde das Erich-Kästner-Gymnasium eröffnet, das Schüler aus Eislingen und den Gemeinden Salach und Ottenbach aufnimmt. Durch Beschluss vom 26. Juli 2011 hat die Landesregierung von Baden-Württemberg-Eislingen mit Wirkung vom 1. Januar 2012 zur großen Kreisstadt erklärt. Religionen Das Christentum besteht im Eislinger Gebiet seit dem 7. Jahrhundert und man nimmt an, dass bereits zu dieser Zeit eine kleinere Kirche gebaut wurde. Eislingens erste Pfarrei soll im Jahr 1348 entstanden sein. Die älteste noch als ganze bestehende kirchliche Einrichtung Eislingens wurde mit der Kapelle Sankt Anna zum Ende des 15. Jahrhunderts errichtet und am 15. August 1513 geweiht. Diese Kapelle wird allerdings nur noch zu besonderen Anlässen geöffnet. Noch weiter zurück reichen jedoch die Grundmauern des Turmes von Sankt Markus. Dieser Teil der Kirche war zugleich auch Chorraum des Vorgängerbaus. Darin sind Fresken enthalten, die wohl aus der Zeit um 1350 stammen. Die Grundmauern darunter sind vermutlich noch älter. In Eislingen-Vilz gibt es zwei aktive evangelische Kirchengemeinden und zwei aktive katholische Kirchengemeinden mit folgenden Namen. Evangelische Kirchengemeinden Christuskirche Lutherkirche Katholische Kirchengemeinden Sankt Markus mit Sankt Jakobus in Krummwelden Liebfrauen Im Alten Zentrum Sankt Elisabeth das vom Katt Kranken- und Wohlfahrtspflegeverein Sankt Markus betrieben wird befindet sich eine Kapelle in der katholische und evangelische Gottesdienste stattfinden. Daneben gibt es in Eislingen-Vilz eine neuapostolische Kirche. Die Einwohnerentwicklung der Stadt Eislingen und ihrer Vorgängergemeinden seit 1837 Aufgrund seiner relativ geringen Fläche ist Eislingen die am dichtesten besiedelte Stadt im Landkreis Göppingen und eine der am dichtesten besiedelten Städte im weiteren Umland. Politik Schutheißen der Gemeinde Kleineislingen bis 1933 um 1508 Linhard Ried um 1591 Ulrich Ried um 1682 Hans Ried um 1685 Jakob Link um 1694 Georg Engenwald um 1790 Georg Engenwald um 1710 Adam Kötzel um 1711 Johann Wieler und Bisser um 1723 Leonhard Schuster um 1736 Johannes Rupp um 1740 Jakob Kellen-Benz um 1761 Bernhard Kötzel um 1776 Leonhard Kötzel um 1790 Hans-Georg Blessing um 1799 Johannes Rapp dann Vetter und Holl um 1830 Stübler dann Rapp, Haug und Nies 1868 zu 1884 Leo 1884 zu 1890 Kleindienst 1890 zu 1906 Scher 1907 zu 1932 August Umgüter Schutheißen von Groß Eislingen bis 1806 um 1508 Hans Heller um 1560 Augustin Hitzler um 1716 Johannes Zimmermann um 1723 Georg Zimmermann um 1725 Johannes Rummel um 1751 Gregor Lohrmann um 1756 Georg Rummel um 1769 Michael Seibold um 1798 Jakob Rummel um 1806 Anton Lechleitner Schutheißen von Groß Eislingen bis 1806 um 1560 Hans Zeuner um 1655 Jakob Link um 1716 Jakob Kinehl um 1737 Georg Kosser um 1753 Georg Kosser um 1753 Michael Haug um 1766 Leonhard Weiler um 1770 Michael Schrag um 1796 zu 1806 Jakob Link Schutheißen der Vereinigten Gemeinde Groß Eislinge ab 1806 Jakob Link Jakob Link der bereits schuldheiß des alt-württembergischen Groß Eislingen war 1819 zu 1833 Josef Licker 1833 zu 1843 Josef Tröster 1844 zu 1846 Franz Josef Rieker 1845 zu 1866 Schrag 1866 zu 1895 Johann Michael Schrag 1895 zu 1929 Julius Vogel 1930 zu 1933 Anton Brolling Bürgermeister der Stadt Eislingen 1933 201 1933 1945 Hans Schuster Stellvertreter 1940 zu 1945 Stadtbaumeister und 1 Beigeordneter Gottliebnerk 1945 Stadtbaumeister Gottliebnerk 1945 zu 1947 G. Rohrer wurde nach Kriegsende kommissarischer Bürgermeister 1946 vom Gemeinderat bestätigt und schied am 15. Oktober 1947 aus 1947 Amtsverweser H. Bohling 1948 zu 1978 Erwin Mayer 1978 zu 2010 Günther Frank 2010 zu 2011 Klaus Heininger Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Eislingen seit 2012 Klaus Heininger Der Gemeinderat in Eislingen hat 22 Mitglieder Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem amtlichen Endergebnis Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden Der Oberbürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt Die Blasonierung des Wappens lautet Die württembergische Hirschstange im Wappen wurde in den Anfangsjahren nach Einführung in der üblichen schwarzen Färbung verwendet Was jedoch der heretischen Farbregel widersprach und diese einige Zeit später angeglichen wurde So dass das Wappen heute die seltenere Besonderheit unter württembergischen Stadt und Gemeinde Wappen aufweist Dass es eine weiß-blaue württembergische Hirschstange enthält Eislingen unterhält seit 1989 partnerschaftliche Beziehungen zur auch von deutschen Donauschwaben besiedelten Gemeinde Villeney im Süden Ungarns und Seit 2001 zur französischen Gemeinde Oyonik am südlichen Rand des Jura-Gebirges Die Eislinger Zeitung ist das Amtsblatt der Stadt Eislingen-Vils und wird jeden Donnerstag neu veröffentlicht Gedruckt wird sie von der Nussbaumedien GmbH und Co. KG In ihr enthalten sind Nachrichten über die stadtamtliche Bekanntmachungen, das Vereinsleben, kirchliche Informationen Informationen aus dem Bildungswesen und Veranstaltungen der Stadt wie ZB Ein Bericht über den Eislinger Weihnachtsmarkt, Wirtschaft und Infrastruktur Eislingen ist durch die Bundesstraße 10 an das überregionale Straßennetz angeschlossen Der vielspurige Ausbau der B10 im Bereich Eislingen wurde am 7. Juni 2006 abgeschlossen Die Verkehrsentlastung der Innenstadt fiel jedoch nicht so stark aus wie erhofft Die Filztalbahn verbindet Eislingen mit dem Schienennetz der Bahn Der Bahnhof Eislingen ist Haltestation vieler Regionalexpress und Regionalbahnzüge Des weiteren verkehren die Buslinien 1, 6, 16 und 17 des Omnibusverkehrs Göppingen und die RBS-Buslinien 7.680 und 7.688 durch Eislingen Neben dem Erich Kästner Gymnasium und der Dr. Engel Realschule gibt es mit der Silcherschule und der Schillerschule auch zwei Grund- und Werkrealschulen Die Pestalozzi Förderschule rundet das Bildungsangebot ab Neben den allgemeinen Bildungseinrichtungen spricht die Stadtbücherei Eislingen mit ihrem Medien- und Veranstaltungsangebot die gesamte Bevölkerung An Natur Wie vielerorts im Filztal befinden sich in Eislingen zwei Sauerbrunnen, deren Benutzung für die Anwohner kostenfrei ist In der Südstadt der 1931 gebaute Barbarossa-Brunnen und der 1982 gebaute U-Land-Brunnen in der Nordstadt am Krumhufer Kultur und Sehenswürdigkeiten In den Jahren 1940 bis 1950 eigneten sich Teile der Eislinger Jugend die aus Nordhessen stammende Rotweltsprache manisch als Geheimsprache an Sie kamen vermutlich ursprünglich überfahrende Händler in Kontakt mit der Sprache Sinn dieser Geheimsprache war es, sich verständigen zu können, ohne dass die Eltern einen verstanden Ebenso war ein Ziel, dass die Eislinger Jugend kommunizieren konnte, ohne dass die Jugendlichen aus der Nachbarstadt Göppingen verstehen konnten Worüber sich die Jugendlichen aus Eislingen unterhielten Die Geheimsprache war keinesfalls so ausgereift wie eine Nationalsprache Das Vokabular erlaubte Unterhaltungen über Zigaretten, Bier, Tendelein und die Polizei und die Jugendlichen konnten so kommunizieren, dass sie einander verstanden Die Geheimsprache war nur in der jugendlichen Generation dieser Zeit verbreitet Zu Ende der 1960er Jahre später sprach die nachrückende Jugend diese Sprache nicht mehr Bauwerke die St. Anna Kapelle, die St. Markus Kirche, Liebfrauenkirche, die Christuskirche, die Lutherkirche, die gotische Dorfkirche Sankt Jakobus im Ortsteil Krumwelden Das Eislinger Schloss, ehemaliges Sommerhaus des Freiherren Konstantin Adolf von Wäldern, ist nach langer ungenutzter Zeit seit 1989 als Stadtbücherei wieder in Verwendung Das Schlosstheater, Kino und Veranstaltungsstätte Baujahr 1952 wurde 2012 abgerissen Das alte Pumpwerk des Eislinger Wasserwerks von 1909 Die Kreiselkunst auf sieben der neun Kreisverkehrsanlagen in der Stadt Die Nachbildung eines 181 Millionen Jahre alten Fischsauriers der in der Nähe der neuen B10 gefunden wurde Die 2000 gegründete Punkrockband Itchy Poops Kid stammt aus Eisling Die TSG 1873 Eislingen e.V. ist mit ca. 2600 Mitgliedern der größte Sportverein im Landkreis Göppingen Daneben gibt es in Eislingen zwei Fußballvereine mit dem KSG Eislingen und dem 1. FC Eisling In Eislingen gibt es seit 2008 einen Paintballplatz der seit 2015 als offizieller Austragungsort der Deutschen Purple Liga für Regionalliga und Landesliga fungiert Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Götz Christoph von Degenfeld Heidschonburg Graf, württembergischer Offizier und Adjutant des Königs Landtagsabgeordneter Konvertit zum Katholizismus Heinrich Beck, Gründer der Brauerei Becks Bremen Amalie Wolz, Gründerin der ersten Evangelischen Mütterschule in Württemberg Albert Singh, Fußball-Nationalspieler und Fußballtrainer Thomas Gruber, Intendant des Bayerischen Rundfunks Karl-Heinz Blessing, Manager Weitere Persönlichkeiten Theodor Engel, Theologe und Geologe, der die Schwäbische Alb untersuchte Josef Mühlberger, Schriftsteller, lebte lange Jahre in Eislingen Ihm zu Ehren werden seit 1995 alle zwei Jahre die Mühlberger Tage des Kunstvereins Eislingen veranstaltet Arthur Eisenmenger, mutmaßlicher Urheber des Eurozeichens, lebte zuletzt in Eislingen Tina Strohiker, Lyriken Luigi Brugner, Autor, lebte den größten Teil seines Lebens in Eislingen und ist dort begraben Leni Breymeier-Künkeling, Preisträgerin, SPD-Politikerin Wer die Landesbezirksleiterin, lebt seit 1986 in Eislingen Martin Baresch, Schriftsteller Sebastian Hafner, Daniel Friedl, Gründer der Banditzi Pupskit Siehe auch, Vierfachmord von Eislingen Vierfachmord von Eisling Vierfachmord von Eisling K Pon